Hallo, wir fahren gerade mit dem EQS zur AMG Garage, da wir gestern Abend noch richtig Spaß hatten, wie ihr vielleicht in meiner Instagram Story mitbekommen habt. Das Laden am Hotel an den Chargepoint Chargern war leider nicht möglich, weil der EQS wollte einfach nicht laden an den Chargern. Mit dem Support telefoniert, der hat die Säule neu gestartet, hat nichts gebracht. Dann habe ich verschiedene Sachen ausprobiert mit einem neuen Ladetarif. Vielleicht dachte ich, das liegt an meinem Account, weil der längere Zeit nicht benutzt war. Ich habe es schon immer ein bisschen mit Chargepoint geladen früher, aber jetzt in den letzten Jahren nicht mehr. Naja, nichtsdestotrotz konnten wir dann gestern nicht mehr laden, war ein bisschen frustriert und ein bisschen sauer, weil das halt doch ziemlich doof ist, wenn man mit 15 Prozent ankommt und nicht mehr die Möglichkeit hat, nachzuladen. Dann habe ich heute Morgen noch mal im Hotel mit denen gesprochen, da hatte mir an der Rezeption der gute Mitarbeiter gesagt, dass es an den Supermärkten Charger gibt und die waren sogar kostenlos. Da konnte ich dann ein bisschen nachladen, um mich dann auf die Suche zu machen zu anderen Chargern. Aber die anderen Charger sind entweder hinter Schranken gewesen oder nicht erreichbar. Ja, dann ist das, was ich nachgeladen habe, habe ich dann wieder verfahren. Aber auf dem Rückweg zum Hotel bin ich dann auch an der AMG Garage vorbeigekommen und dort hatte ich dann mit jemandem von der AMG Experience sprechen dürfen und er hat dann gesagt, ich soll heute Abend mit dem EQS hochkommen, dann kann ich dort mit meinem Juice Booster mobile Wallbox dann erst mal jetzt drei, vier Stunden vermutlich laden und morgen machen wir dann den Rest. Genau. Ja, und jetzt gleich sind wir eigentlich ziemlich gespannt, was uns erwartet. Also wir filmen jetzt gerade mal hier so ein bisschen den Ort mit. Das habe ich heute Morgen oder heute Mittag oder Vormittag nicht gemacht, weil die Geräte mussten noch geladen werden. Markus hat noch die ganzen Daten runtergezogen, die Videos und daher hatte ich da auch heute Morgen nicht so den Nerv zu. Nichtsdestotrotz machen wir das jetzt. Das sieht schon echt ziemlich cool hier aus. Und was halt auch ziemlich krass ist, hier fahren so viele Erlkönige rum in dem Hotel. Habe ich so das Gefühl, in dem wir sind, kam heute Mittag eine Armada von BMW mit verschiedenen Erlkönigen. Die haben dann da alle zu Mittag gegessen und sind jetzt hier wieder unterwegs. Also das ist schon, was man hier an Autos sieht, schon echt krass. Ja, ich bin gespannt, was uns dann jetzt die nächsten eineinviertel Tage erwartet. Morgen sind wir dann den ganzen Tag unterwegs. Und dann lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn wir zurückfahren, gibt es noch mal ein kurzes Update. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's. 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 Okay. You can follow me. All together. All cars on track. No drifting. It's only for check the track. You can follow me. 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 Da brauchst du nicht blicken. Ich kann rausfahren. Ja, ja, let's go. Wie war das mit dem Einfall? Hast du da jetzt gemacht oder nicht? Sehr gut. Er hat gesagt, schnell, 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 schnell. Was soll ich denn machen? Wir werden morgen so viel Spaß haben. Das ist aber echt krass. Manchmal hast du den Grip. Manchmal gar keinen. Aber er ist, finde ich, gut beherrschbar. Ja, ja doch, das schon. Nicht, dass es jetzt, wenn du es nicht übertreibst. Ich dachte, wie du losgeworden bist. Er hat das gesagt. Ich hab nur was gemacht, was du gesagt hast. Das hast du dir gemerkt. Ja, wenn ich was darf, dann mach ich das auch. So, jetzt fährt unser lieber Manu. Ja, machen wir ein bisschen Licht dran. Das geht noch so gerade. Also das Headlängen geht nicht gut mit der A-Klasse. Man muss ein bisschen schauen. Manchmal rutscht er gar nicht. Dann haben wir so Momente wie jetzt. Da kommt ein bisschen das Heck. Wir sind jetzt gerade noch ein bisschen nach Schauen. Wir haben ein paar Spanier in der Gruppe, die kein Englisch können. Jetzt dürfen wir erstmal fahren und ein bisschen ausprobieren. Markus ist jetzt gerade vier Runden gefahren. Ich fahre jetzt meine zweite Runde. Das macht schon Spaß. Man ist auch gar nicht so schnell unterwegs. Also 30, 40 kmh fahre ich gerade. H mal 50. Ja, das macht schon Spaß. Ja, mal gucken. Also ich glaube, morgen werden wir noch mehr Spaß haben. Wenn ich das richtig in der Einweisung verstanden habe, dann dürfen wir auch morgen noch GT 63 fahren. Und mit dem dicken V8 hier über die Strecke. Ich bin auch schon froh. Wir fahren noch die C-Klasse, die neue, die ich als Leihwagen hatte. Auch das wird schon lustig. Aber das hier macht schon auch echt Spaß. Und die ist echt gut handelbar. Wenn das Heck kommt, das kriegst du wieder gut rein gefangen. Es ist natürlich jetzt hier in der Dunkelheit noch nicht ganz so einfach. Man muss schon ein bisschen gucken. Man sieht halt nicht so viel. Aber es geht, oder? Ja. Definitiv. Klappt das dann noch auf dem Beifahrersitz? Wie du da hängst? Na ja. Gut. Ich bin auch froh, dass wir jetzt den IKS laden können. Dass das auch klappt. Das ist schon mal gut, dass die einen Anschluss haben und ich den Juice Booster mit habe. Hat sich der Juice Booster auf jeden Fall gelohnt. Ich entschuldige mich schon mal für das Raggeln. Aber das ist echt schwierig, hier die Kamera gerade zu halten. Ja, das verstehe ich. Dann müssen wir vielleicht die Einstellung noch anpassen. Können wir gleich nochmal gucken. Ja. Ja. Mal ein Pfund Parking. Mal ein Pfund. Mal ein Pfund. Es gibt hier so viele Tracks auf dem Eis. Das wird auf jeden Fall morgen noch lustig. Also ich bin echt gespannt. Warte, wie viel hatte ich jetzt? Ich habe nicht mitgezählt. Da fahre ich noch einen. Ja, machen wir. Warte mal. Ähm. Stopp. 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 Anhalt. Ne, ich nicht. Ach so. Ja, weil der Stopp Stopp sagte, hieß es ja eigentlich. Anhalt. Ja. Aber nicht auf dem Track. Auf dem Track hat er gesagt. Warte auf Stopp. Yes. Wir fahren auch die ganze Zeit ohne ESP logischerweise. Also ESP ist komplett aus. Im Race-Modus. Paarwerk auf Komfort. Ja. Denkt man gar nicht. Aber das macht schon einiges aus. Ja. Jetzt werden wir nochmal wechseln. Perfekt. Ja. Ja. Oha. Boah. Da kommt doch auf einmal der Schuh. Na. Wirimal ganz klären... Das wird sehr ruhig. Wie ein erstesquéseler gewer 5 Minuten und dann passen wir noch ein weiteres Licht. Alter Schwede, ey. Stopp. Ja. Gracias. Hoh. 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 Wir sind auf dem Weg zur nächsten Strecke, jetzt gerade eine kurze Pause, Markus chauffiert mich gerade, ich hoffe man kann mich einigermaßen erkennen, es ist halt stockduster hier draußen. Ja, und dann wird der Markus hier gleich wieder loslegen, denke ich. Genau, Flalom, alle gemeinsam, schön, in den Griff einleiten, beschleunigen, Fussstoffgas, und dann hast du gerade einlenken, den Auto rotieren lassen, Blickführung, Autos besetzen, aus der Bremse arbeiten, hier fehlt ein Strecke, ich nehme mir schon aufstärken. Okay, dann hier in die Rennkurve rein, dann auch hier ganz normal, wieder zurück in die Weltkrieg durch. Ganz normal! Auf der Bremse arbeiten, in die Windkrieg hinein, Blickführung weit, soweit wie es geht. Auch hier, das müsst ihr noch mal kurz feststellen, und hier ist dann wieder der Start. Ab dem Bauern Hütchen ist langsam, ne? Also hier, bitte dann erst Autohinnung her, das sagt ihr ja Jungs, einfach stehen bleiben. Stehen bleiben dann, ich muss oben noch was ausbauen, die Celia übersetzt nochmal auf Spanisch. Also für euch Jungs, wenn das Auto oben durch den letzten Stick durchgefahren ist, dann darf das Nächstes Auto automatisch los. Hast du die Batterie schon mal ein bisschen runter? Ah, krass. Jawoll! Der war gut! Das war jetzt zwei und dann zwei. Das ist schon krass, du kommst kaum weg. Trotz Bikes. Ich wollte es gerade sagen. Ist dir warm? Ja, mach mal was. Ist doch schon 19 Grad. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Weil wir die Spur nehmen, wenn wir den frischen Schnee nehmen können. Das darf auch um ein Plotsel. Ja, voll. Nee, nee, nee. Doch, fahr, fahr, fahr. Ich dachte, Rückwärtsgang wäre nicht drin. Nee, nee, doch. Ich dachte, Rückwärtsgang wäre nicht drin. Nee, doch. Nee, nee, doch. Der schaltete so spät. Ich finde das in den langgezogenen Kurven besser. Die kommen mit den Belohnen nicht klar. Ja, ich komme besser mit dem Belohnen klar. Das ging jetzt mal. z.B. Ja. Ja. Z.B. beide einmal im Buß hinterlassen. Ich war einen Tacken weiter als du, aber ja. Das klappt doch super! Klappt doch super! Die geht aber gut, ne? Klappt doch super! Klappt doch super! Klappt doch super! Klappt doch super! Willst du nochmal? Ja, komm mal! Nimm den letzten Mal! Nehme ich den Biscuit an! Ach, alles gut! Es ist schon einfach mal diese Erfahrung! Ja, das ist richtig geil! Ja, das ist ja gut! Ja, das ist ja gut! Das ist ja gut! Soż nicht! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wir haben gar keinen Start. Weiter, weiter, weiter. Wir sollen am Start treffen. Okay, wir sind bereit. Um, wir sind bereit. Um, wir sind bereit. Oh, wir sind bereit. Wir lassen uns an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Rückweg zum Hotel. Hatten verdammt viel Spaß. Also das Driften auf Eis ist schon ziemlich cool. Also da kann man das mal ganz gut üben. Vor allen Dingen auch, wie sich so ein Fahrzeug verhält, was man auch alles mit Gas und Bremse spielen kann. Vor allen Dingen jetzt die A-Klasse war relativ einfach, sage ich mal, umzuwerfen, also in den Drift zu bringen. Im Gegensatz jetzt zur C-Klasse, da musste man dann doch schon ein bisschen stärker bremsen. Aber nichtsdestotrotz hat das super funktioniert. Mit der C-Klasse haben wir auch viel mehr gedriftet. A-Klasse war dann erstmal so ein Warm-up. Und ja, ihr habt ja die Eindrücke gesehen. Das macht schon echt Spaß. Allerdings hat man dann auch gemerkt, wenn viele Leute dann drüber gefahren sind, es wird dann immer rutschiger. Aber ja, man kriegt dann die Infos von den Instruktoren, was man so machen soll. Also wie man, wenn man viel lenkt, ist nicht so gut, weil das viel einfacher ist, mit einem Allrad wohl auf Eis zu driften. Also man braucht nicht so viel lenken. Ja, also ich kann nur sagen, das war schon cool. Und ja, mit dem EQS haben wir jetzt auch Glück. Da haben wir jetzt zum einen erstmal auf 38 Prozent geladen. Das reicht auf jeden Fall dicke bis morgen. Und jetzt wurde eben noch eine Nachricht an Markus geschickt von den AMG Experience Mitarbeitern, wie man dort laden muss. Also die Chargepoint-Ladestationen sind nicht hinterlegt. Das habe ich auch schon festgestellt in der App. Ich glaube, das hatte ich auch schon erwähnt. Und die muss man erst hinzufügen und dann soll das Laden klappen. Ja, das Hotel ist da wohl nicht so gewillt, scheinbar zu helfen. Ein bisschen komisch, weil wenn man dann so viele Gäste hat, also verstehe ich nicht. Der Hotelmanager ist wohl der Einzige, der dort lädt, haben wir eben erfahren. Und ja, warum man dann diese Infos nicht weitergibt. Gut, ist ein Grund für mich, dann so ein Hotel auch nicht mehr aufzusuchen, sage ich ganz ehrlich. Wenn man dann so unfreundlich ist, auch, dass wir halt gestern angereist sind, haben dann eine zusätzliche Nacht über AMG Experience gebucht. Gut, was ich verstehen kann, ist der Zimmerwechsel, weil das spezielle Zimmer für AMG sind. Ich sage jetzt mal durch das kleine Branding des Bildes und wir hatten halt gestern keinen Kühlschrank im Zimmer. Sonst ist alles gleich, außer dass wir eine Etage höher sind und einen schöneren Ausblick haben. Muss ich aber sagen, hätte man jetzt trotzdem mal schauen können, dass man für uns vielleicht ein bisschen schneller Zimmer vorbereitet und wir nicht irgendwie da zwei Stunden in der Lobby rumsitzen, wenn wir aus den alten Zimmern raus mussten. Oder man hätte uns dann das andere Zimmer länger lassen können, weil, ich sage jetzt mal, die Reinigungskräfte sind ja auch erstmal dann mit den anderen Zimmern beschäftigt. Aber irgendwie ist man da nicht so gewillt, keine Ahnung, finde ich ein bisschen schade. Also Kundenzufriedenheit, sei mal dahingestellt. Ja, jetzt fahren wir zurück. Wenn wir gleich im Hotel sind, gibt es in einer Stunde, wenn wir ankommen, also in einer Stunde und zehn Minuten, unser Abendessen. Ich denke, dann werden wir noch ein bisschen quatschen, obwohl es gibt nur noch einen weiteren Deutschen. Einige Schweden, ein paar Spanier und das war es eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob wir sonst noch. Eine zweite Gruppe fährt jetzt gerade noch und ja, dann mal schauen. Ich denke, dann lassen wir den Abend gemütlich ausklingen. Vielleicht trinken Markus und ich dann nachher noch einen Whisky bei uns. Und dann ist der Abend auch schon wieder rum. Ja, und dann geht es morgen weiter. Ich bin mal gespannt, was wir da noch alles machen und wie das wird. Das war heute schon echt ziemlich cool. Also ja, mir ist auch gar nicht so schlecht geworden wie sonst, muss ich sagen. Aber mal abwarten, was morgen passiert. Bis zum nächsten Mal.